servus und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier ja es sind kein lenz und vor überlegen müssen wie es heißt es ist schon gut beleuchtet jetzt müsste hier aber es sind immer jeden Fall brauche ich jetzt mal in der Mitte müssen wir die Mitte 1 2 3 4 keine hier das habe ich nicht nochmal Schlampen bauen Lampen so ja gemütlich das ist auch gemütlich oben noch eine SMG eigentlich hier so eine Tüpfel aber wir brauchen ja was für einen Tisch haben sie uns zusammengeschossen mit dem Waffen ne den Generator genau ich brauche den Generator wieder für meine Dägewerk ja Generations wo ist er komm her du kleiner Generator aus 3 6 Stahl Eisenbahn oben 6 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 5 5 6 5 6 7 7 7 7 8 7 9 8 7 10 9 9 10 10 9 10 ja wir haben doch alles erforscht klein der erforscht muss man erforschen wo soll der sein muss man den finden ich glaube das ist ein blut wird ja genau wie flossen die kantor nicht aufmachen ok naja wo man nix noch nix rausnehmen wenn ich brauch die ist die brauch die nicht rein ach man ich brauch die barren einen noch könnt ihr die noch rausnehmen und einräumen ich brauch nur einen ich brauch nur einen ich brauch nur einen nicht stahl eisen brauche ich nur einen ach so es war noch einen stahlbahnen haben wir jetzt glaube ich sechs oder so ne 5 was brauche ich noch für den generator wir haben gar keinen spirit 6 6 ok generat haben wir auch wieder Wollen wir noch kurz ein Draht? Die war jetzt C, oder? Das Ding ist leer, wir haben kein Spirid. Spirid, warte. 6, 8 habe ich noch. Gut. Selbststoff in Zufrieden. F. Gibt es ja nicht Wandlampen? Wenn man an der Seite hinhängt? Ne, warum eigentlich nicht? Nur elektrisch. Wandleuchte. Aber doch hier fackelen, oder? Stehende, fackele, stehende. Boah. Boah. Ja. Dann geht es lang. Ein Lärm hier wieder. Hey. Guter Ding. Hier. Vier. Fünf. Glasenost. Leichtart auch. Jo. So. Ach, ist das angenehm live ist. Mein schönes Wohnzimmer liegt jetzt mit schönem Tisch. Junge ist der. Junge ist der. Ist aber riesig. Warte voll auf innen eine Richtung. Der ist aber groß. Was? Hm. Ach der ist oval. Jetzt seh ich's eher. Ach man. Hab ich ihn jetzt falsch hingestellt. Ist wieder runter und wieder rauf. Verstarme ich doch. Oh. 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 jetzt schon wieder hier wieder aber ich bin wieder voll am innen einrichten genau das recht habe ich den tisch erst erkannt dass jetzt ein Oval ist. Ich dachte der ist rund der ist viel zu groß irgendwie im Vergleich zur Couch man sieht es jetzt, wo man es weiß hier ist man in der Couch so gut ok mittig ja schön können wir die GUI auch wieder hier abstellen wenn wir einen geigen wollen dann so ja ich und meine Deko gut okay mal wieder noch mal ein paar Gamingcomputer und so eine Mieze kannst du aber das genau so ausschaut wie auf der Seite die GamingCat ist das nämlich alle voll konzentriert am bauen ja keiner sagt was kleiderbügel kleiderbügel ja ich werde eigentlich noch mal so eine Lederkarte oh der wäre ja cool der Schminktisch für Schlafzimmer für die Ladies für den Johann was ist das ich habe gar nicht gesehen alles kostet immer 5 Bretter egal was ich muss mal zu ihm rüberschauen was er da macht ich muss mal zu ihm rüberschauen was er da macht er hat immer noch keine Lampen wenn wir es immer noch alles schocken können ich habe genau einen einzigen Tisch da stehen höh ich bin ja gerade weil das ganz andere da macht kein Essen und so alter hier ist ja alles leer ich muss erstmal noch die ganze Verteidigung aufbauen die Koppel bei dir noch oben ja hier ist eine Treppe haben wir noch zwei Stockwerke glaub ich oder bei dir ist noch eher so älter rustikal ja ja noch rundkoll und wie kommt man ganz hoch da ist noch kein Treppepepe das gibt es nur über die Brücke und über die Brücke rüber so wie es aussieht ey du rustiker da meinst schon eher punkvoll und gloria naja gut ist ja klar ich habe auch viel früher angefangen jetzt du legst da auch mal Wert drauf ja das stimmt ich mag das dieses dieses bling bling klimpert klimpert er kommt bei mir hinterher wahrscheinlich noch wenn ich nicht mehr weiß was ich noch machen soll aber erstmal Verteidigung passen nein so oben müssen wir auch unseren Übergang noch machen gell ja hier das wollen wir doch nicht so lassen oder hier über dem Hafen da musst du ja weißt schon wie so eine Rehling bei äh nicht Rehling wie so ein wie so ein Flugzeuggate weißt schon wo du durchgehen kannst von einem Gebäude zum anderen wie bei den zwillingstürmen zu ziehen oder was ja klar das ist doch wie geil es kommt aus optisch gesehen meine ich jetzt hier und dann links und rechts jeweils eine Tür hin oder was nachdem du aus der Dock rauskommst naja ja ja Tür weißt du ja aber Tür brauchen einfach Durchgang ja ich mein wenn du wenn du einen Durchgang haben willst und dann musst du ja an jeder Seite musst du ja in die Docks reinkommen wie weißt du ja ja bei dir bei mir ich hab auch noch keine Tür wir sind doch vom Balkon aus rübergegangen eigentlich meine Wände meinst du ja 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 so aber dann musst du ja in die äh zu den Bogen kommen das meinte ich ja zu wem muss ich kommen zu den Boden warte mal ich komm mal hier von oben nach unten meinst du nein 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 warte ich zeig dir runter soll ich mal hoch gehen oder was ne war schon richtig hier unten weil du willst ja hier praktisch Wände hinziehen nein nicht hast du nicht oben drauf hier komm 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 jetzt hoch ach so du willst oben nochmal extra ähm ach wo lauf ich denn ich bin in meiner base gedanklich hier das muss zu mit Wänden das ist das quasi so ein Durchgang wie bei den Flugzeug Gates weißt schon wo ja okay dann willst du das Dach praktisch benutzen genau und das einmal komplett rüber ziehen genau auch mit so Fenstern überall weißt ja und hier auch wie so ein Gang ja okay so sieht es ja eher aus wie ein Flugzeug Landplatz jaja aber da kommt ja auch noch ein Hubschrauber ne ich vergesse Hubschrauber aber die können wir ja oben komplett auf die Base drauf und dann kannst du von oben direkt mit dem Hubschrauber zack jeder startet mit seinem geil und dann rrrt 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 okay warte mal wir haben genügend Stoff unten wir brauchen erstmal nix obwohl ja da ist noch ja ist genug mal nägel noch an warte ich hab mal nen Haufen Baumwolle jetzt hier äh du hast schon wieder gepflanzt oder was? ne ich war gerade ein bisschen Pilze holen da mach ich neue Pilzvogel so ich hab mein 26 Ding reingepackt so ich hab schon wieder 5 das war echt äh hä was ist denn hier los? äh 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 was wollen die noch bauen? so ein Sessel das ist ziemlich ähnlich ausschaut oh sieben Leder wieviel baue ich für den Sessel? Einzelleder Couch Aha das ist gar kein Sessel das ist eine Einzelleder Couch na gut na gut ja wir sind hier wieder wir machen hier sinnlose Sachen aber egal gehört dazu würde ich mal so sagen aber die sind hier an der Wand hm oder lass ich das so mit der Einzelleder Couch da noch eine hinpacken? weiß nicht hier würde ich sie ein bisschen mal gucken wie es aussieht ja blöd weil es nicht an der Wand steht gell wozu es gibt das ist ist das ist das ist die 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 ja 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 wir machen ganz wichtige sachen gerade wichtig dass das wohnzimmer schön aussieht das ist extrem vorteilhaft wenn die gegner kommen ja aber hier hoch kam es ja nicht die muss ich einpacken die packe ich jetzt noch mal schnell ein den tisch packe ich auch noch mal schnell ein und jennen hier auch noch mal jetzt schau mal wie die steht die steht direkt am fenster dann steht er jetzt auch dann so direkt am fensterchen so ungefähr gleich aber die packe ich auch noch mal weg die lachen wir auch f einschalten auch kein draht mag die nicht So, der Teppich liegt eigentlich auch recht gut, äh, dann die Couch, die müsste man dann... Würde doch hier ziemlich mittig stehen, oder? Ja, hier so, so ja, jetzt den Trum-Tisch, so, ja, jetzt sieht man, jetzt ist der Tisch, die Couch nicht so ganz, ein bisschen an Ticken rüber. Der Johann Mayer wird sich denken, schau den Deppmann, der muss die Couch zwei Millimeter verschieben, weil es ihm nicht sonst gefällt. Warte, warte. Wie jetzt? Jetzt stimmt der Tisch nicht mehr, oder? Ja, doch, das ist jetzt besser geht's nicht. Ich stelle die mittlerweile hier hin. Einfach mal etwas hingestellt haben, so. Jetzt wird's wieder dunkel. Keine Gegner sind's nicht. Ja, aber die kommen sicher gleich, bevor das Nacht wird. Meinst du? Ja, ich hab da so ein ganz komisches Gefühl. Ja, ich hör schon die Musik. Was war das denn? Oh, das Reflex, die Tür überhaupt zugemacht. Wie ist das noch? Mann. Ey. Fuck. Ich weiß nicht, ob die heute nochmal kommen. Oh, ich muss trinken. Warum? Ich habe es gut. Ich habe es gut. Und... Alter, der sägt echt lange. Ach, wie viel ist es? Ich dachte mir schon, ich bin am falschen Ende. So, hier fehlt irgendwie noch ein Schrank. Aber zuerst, oder Kamin. So eine Uhr finde ich auch cool. Ich habe die Kiste wieder unten hingelegt, ich Idiot. Ich glaube nicht, dass wir heute Nacht nochmal kommen. Nein, ehrlich gesagt. Hast du die Umzugskiste? Die müsste da drin sein, wo die immer lag. Nee, da ist er nicht mehr. Hä? Ich habe sie nicht. In den Dreien, die übereinander gestoppt sind, ich kann punktieren. Hä? Oder in den Dreien, die Nebensammenschen, die ganz Rechte. Die Spur ist verschwunden. Nee, nee, wo die drei sind, die ganz Rechte. Ja, ich schaue gerade alle durch. Ja, ich schaue gerade mal weg. Ach, hier ist sie, ich habe sie. In der Mittleren war sie. Okay. Ja, ich schaue gerade mal weg. Ja, hier steht. Ach, das ist eine Pompel. Wer war sie hier? Was stimmt das mit dem Licht? Oder wir warten auf ein zweites Bildumhängers. Dann geht mehr. Ja, lassen wir erstmal. Hier die Puxi. Äh, ja. Hier muss Kleines hier reinstellen. Das ist viel cooler, wäre das Auto da reinzustellen. So. Ich und meine Gimmicks. Wirklich. Oh ja, das kommt viel besser. Das war nicht bei der Telle fördern. Jetzt gefällt es mir. Okay, dann brauchen wir hier noch ein Schränkli. Ein großes Ding zu zeigen. Oder was? So, 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 so. Die Uhr finde ich auch irgendwie geil. Hängende Uhr. Wieso hängend? Ist die an der Wand? Kupfer und. Wird gebaut. Wie hängen wir uns jetzt an die Wand? Keine Gegner, halt. Zuerst haben sie uns dermaßen abgenudelt, gell? Und sind gekommen und gekommen. Und jetzt ist nichts mehr. Naja, wir haben sie ja schon wieder geradet auf Einerburg. Was haben die noch, Leute? Ah, die Sklavenhändler. Die haben noch 13. Hä, wieso haben die immer noch 13? Ach, die Plünderer sind tot alle. Die Erlöser. Wir haben die Erlöser ausgelöscht. Okay. Die gibt's nicht mehr. Die Sklaventreiber gibt's nicht. Was wollte ich denn jetzt? Da hab ich's vergessen. Ähm. Ja. Diese Uhr wollte ich machen, genau. Und da haben wir noch. Kupfer. Kupfer. Natürlich, für die Uhr braucht man Kupfer. Eine teure Schweizer Uhr ist das. Eine teure Schweizer Uhr, da braucht man schon ein bisschen Kupfer, oder? Ohne Kupfer kann man überhaupt nichts machen. Das Deckerle aufmachen und ein bisschen Tic-Tac spielen. Hä, ziemlich war eben. Wo kommt die hin? Diese Uhr Würde man sagen Wie groß ist die Uhr? Das ist doch keine hängende Uhr Das fehlt doch Hier so ins Eck Oder das Ding weg und hier ins Eck Oder gerade nebenhin Jetzt kommt er und bewundert mein Wohnzimmer Hier, schau dich mal um Mit was läufst du? Mit deine Weste Meine Weste? Ja Ich habe eine Polizei Weste Ja, ich weiß Hast du eine bessere? Oh, ich bin hier Ich habe mich jetzt nicht mehr Jetzt mal die Wesentlich besser Wieso? Die Polizei wird doch stärker Ja, natürlich, die hat 50 Die hat keine 50 Die hat 30 Okay Die hat 45 Äh, 40 glaube ich, oder? 35 35 Ja 23 25 Was hast du für einen Helm? Aber da kannst du nichts mehr machen, ne? Polizei Ja, die kannst du nur verkaufen, ne? So, wie viel ist mein Wohnzimmer bis jetzt? Ja Hier, schön zum Sitzen, ne? Extrem bequeme Couch Weg vom Telefon Telefone um die Jahreszeit teuer Ist ja noch nicht fertig Ist ja noch nicht fertig Wenn man jetzt hier Der geht ja nicht mal kaputt Gehst du da weg? Hör auf! Der ist aus Glas, ne? Ja Wenn die jetzt noch Sound machen würde, weißt du? So, dong Hör auf, das soll kaputt zu machen Geht doch gar nicht kaputt Wer jetzt schon lockt hat Ach, sag ich an die gute Gasse Das hat was gesucht Ich brauch paar Gegner So, ja Eigentlich haben wir so gut wie Spiels gemacht Ach genau, den Cycler, hattest du den nicht schon? Ja, ne? Ne, der ist auch zerstört worden Ach, du Kacke Hab ich gedacht, das könntest du dich jetzt recyceln? Klamotten gehen ja nicht, glaub ich Stoff da draus zu machen Ja, der Cycler ist nicht groß, der würde hier hinpassen Was braucht man dafür? Recycler Ach, das können wir schnell bauen Recycler, warte Was war das nochmal? Äh, komponente Ich hol schon Der hat sogar rollen, der Recycler Hier Warte, ich muss noch mit dem Gummi Das Kabel anbringen Ein Gummikabel, ne? Weißt du? Ach, das sieht ja blöd aus mit dem Draht hier Alter, hier Seile 2 1 Und 2 Dann braucht'n der Dünne Ich hätte das schon lang gekocht gemacht Ja Oh, wir haben überzogen Ciao, ciao